Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Alex und heute gibt es wieder ein spezielles Video. Wir werden heute nochmal in den Keyword Research eintauchen und das Ganze mit einem Tool machen, was ihr vielleicht schon mal bei mir gehört habt auf dem Kanal und zwar Helium 10. Und ihr seht es schon, dafür bin ich erneut nicht alleine. Ich habe einen Gast, der sich gleich vorstellen darf und zwar ist das jemand, der noch gar nicht hier bei mir auf dem Kanal war, der Markus Mokros. Herzlich willkommen. Ja, hi Alex. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich hier ein bisschen was zeigen darf für deine Community. Gerne, gerne. Vielleicht magst du ja als erstes mal, wie gesagt, dich vorstellen, deinen Background erklären, was du so machst und warum du quasi heute hier bist. Ja, kurz gesagt, also mein Background ist selber auf Amazon zu verkaufen, allerdings physische Produkte und darüber habe ich auch einen YouTube-Kanal und darüber ist auch die Partnerschaft zustande gekommen mit Helium 10, für die ich hier für den deutschsprachigen Markt noch ein bisschen die Tools zeige. Helium 10 ist so der größte Hersteller von Amazon-Händler-Tools, eine Suite mit über 25 Tools und ein paar gucken wir uns heute an, die mit Merch sehr gut funktionieren. Genau, das war ja, im Prinzip hatten wir schon im Vorgespräch besprochen, dass es ja gerade hier auf dem Kanal hauptsächlich ja auch um Merch bei Amazon geht und wir wollen jetzt einfach nochmal direkt drauf eingehen, wie man denn Helium 10 speziell dafür dann auch nutzen kann. Richtig, richtig. Ein paar Sachen hatte ich ja schon mal gezeigt, unter anderem Cerebro, das wird auch heute wieder nochmal vorkommen und da wirst du dann vielleicht noch ein paar Insider, ein bisschen Geheimwissen sozusagen uns mitgeben können. Wir gucken uns aber auch Sachen an, die ich tatsächlich bisher in meinen Videos noch überhaupt nicht gesehen habe und deswegen bin ich selbst auch schon sehr gespannt. Ich habe auch im Vorfeld nochmal gefragt, was euch denn so interessiert. Von daher werde ich zwischendurch auch nochmal ein paar Fragen einfließen lassen. Aber ich würde sagen, ja, wir starten einfach erstmal mit dir und du darfst erstmal vielleicht grob erklären, genau was wir heute sehen, was Helium 10 macht und dafür würde ich dann gleich erstmal deinen Bildschirm teilen. Sehr, sehr gut, würde ich sagen. Dann springen wir gleich rein und gucken uns auf der Amazon-Seite mal einfach ein Beispielprodukt an. Ich habe jetzt mal das Erstbeste eingegeben, was mir so eingefallen ist, auf den Junggesellenabschieden sieht man ja häufig so die Leute rumlaufen mit irgendwie Braut- oder Bräutigam-T-Shirt und denke mal, das ist wahrscheinlich ein ziemlich cooles Thema für Merch auch. Deswegen habe ich hier mal direkt in die Suche eingegeben, T-Shirt-Braut und geguckt, was mir so auffällt und was wir hier so spontan schon sehen, ist hier diese kleine Box, die habe ich hier zusätzlich drin, weil ich einfach Helium 10, die Chrome-Extension installiert habe. Die macht mir einfach die Erweiterung im Google-Chrome-Browser und da habe ich gleich mal ein paar Tools, die hier auch funktionieren. Zum Beispiel X-Ray ist ja sehr, sehr populär. Das spioniert einfach schon mal die Umsätze aus, die die Händler hier in der Nische machen und das stellt mir einfach die Seite hier in Spalten dar. Auf der Seite sind 60 Produkte gelistet und jedes hat hier die Spalte. Da sehe ich schon mal vor allen Dingen so ein paar Daten. Was sind hier die Artikelnummern? Was ist hier die Marke? Was ist hier der Preis? Und dann natürlich das Interessante hier, wo sind die Umsätze hier in dieser Nische und die sind eigentlich alle ganz interessant. Das heißt, es wird wahrscheinlich viel gekauft. Und hier ist der Top-Verkäufer offenbar mit 12.800 Euro Umsatz im Monat. Ja. Und da können wir ja auch gleich mal auf den Verkaufsgrafik klicken. Das heißt, du würdest dich auch so ein bisschen an dem Umsatz hier orientieren? Ja, genau. Wenn ich jetzt Produktrecherche mache, dann gucke ich natürlich zuerst mal, wird es verkauft? Ist das ein Produkt, was auch verkauft wird? Zumindest solange ich da etwas finde, dass Leute das auch tatsächlich anbieten. Das ist ja ganz interessant. Also ich glaube, der Umsatz ist jetzt nicht so die erste Kennzahl, die die meisten für den Research nutzen. Also das wäre ja zumindest schon mal was Neues, weil man das jetzt auch mit den gängigen Tools natürlich nicht machen kann. Also von daher ist das ja schon mal eine Information, die man jetzt aus dem X-Ray ziehen könnte, die durchaus sehr hilfreich ist. Weil sonst sieht man ja nur, klar, die Startseite, was hat das für ein BSR? Aber das ist ja auch das, was ich immer sage. Der BSR ist ja eine sehr starke Momentaufnahme. Also es ist ja nur, wie hat es sich gerade eben verkauft? Aber langfristig gesehen spiegelt das natürlich nicht den Erfolg dieses Produkts wider. Ja, und wir haben hier halt einfach noch mehrere Zahlen, wo wir verschiedene Sachen angucken können. Zum Beispiel das hier, das zeigt den Chart in der Verkaufsentwicklung. Seit etwas über einem Jahr ist der Händler hier mit dem T-Shirt auf Amazon. Und seitdem werden hier die Verkäufe aufgezeichnet. Und wir sehen hier, gerade seit 1. Januar geht es so wirklich raketenartig nach oben mit seinen Umsätzen. Da muss man vielleicht einfach noch ein paar andere angucken, ob das ähnlich in der Branche ist oder ob der einfach gerade sein Marketing sehr gut macht. Und ich benutze den Verkaufs-Chart einfach erstmal gerne, um zu sehen, ob ein Produkt saisonal ist. Idealerweise hat es die ganze Zeit immer schöne hohe Verkäufe. Und ja, das zu dem X-Ray-Tool. Da sehen wir halt einfach, wie viele Bewertungen hier in der Nische sind. Das ist halt auch ein wichtiger Faktor, um zu entscheiden, ob ich dazwischen kann, ob Produkte gekauft werden mit niedrigen Bewertungen. Und das sieht man hier teilweise, weil die recht weit oben sind, auch die wenig Bewertungen haben. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass man nicht viele Bewertungen schon auf dem Listing haben muss und Leute das trotzdem kaufen. Ja, also man kriegt einen guten Überblick über die Nische. Genau, man bekommt einen sehr, sehr guten Überblick. Und wo wir jetzt gerade identifiziert haben, dass der hier seinen Job so gut macht, gucken wir uns mal näher an. Das war er hier, also Wood Meets Color. Und schauen wir uns das Produkt mal an, wo es auf der Seite ist. Wood Meets Color, da ist er. Und da sehen wir auch, er hat hier verschiedene Varianten drin. Er hat nicht nur das weiße Shirt, jetzt auch in schwarz, blau und offenbar in solchen, ja, was ist das, rosa? Ja, ich bin jetzt kein Farmexperte, aber... Ja, und ich meine, was sicherlich interessant ist, auch für viele, wenn du sagst, okay, soll ich mich auf irgendeine Farbe konzentrieren? Gerade wenn vielleicht auch doch der Aufdruck verschieden sein könnte, möchte ich ja vielleicht wissen, ist eins besonders populär? Wird eins nicht gekauft? Wird alles gekauft? Und das ist eine Sache, die verrät dir Amazon einfach nicht, weil der BSR zum Beispiel, der wird dem kompletten Listing sozusagen gut geschrieben. Egal, ob sich jetzt eins gut verkauft oder nicht gut verkauft, das kann man deswegen nicht unterscheiden, was jetzt davon am heißesten läuft und was nicht. Und da gibt es ein recht cooles Tool vor Leniubitern, auch in der Chrome Extension, und zwar Review Insights heißt das. Da können wir uns erst mal... Nur noch mal kurz zum Verständnis, das X-Ray ist auch eine Chrome Extension. Genau, das installiert sich im Browser. Das hast du immer mit einem Klick zur Verfügung. Nur, dass die Leute verstehen, worüber wir sprechen. Also wir werden uns ja auch noch die anderen Tools wie Cerebro gleich angucken, die dann quasi auf der Helium 10 Plattform quasi laufen. Aber das jetzt als Extension quasi zu installieren. Genau, genau. Und jetzt habe ich mal Review Insight gestartet und da sehen wir halt, wie viele Bewertungen wir haben. Wir sehen hier den Wortgruppen, was die Leute am meisten schreiben, was T-Shirt. Aber was mich jetzt besonders interessiert ist, wenn ich auf Produktvarianten klicke, da bekomme ich dann aufgelistet, wie viele Bewertungen pro Variante abgegeben wurden. Ja. Und da, das ist mein bester Ansatz, zu verstehen, welches Produkt am beliebtesten ist. weil einfach vielleicht so 3% der Käufer, die schreiben überhaupt eine Bewertung. Und dann müsste ich ja davon ausgehen können, dass die Variante, die sich am meisten verkauft, auch die meisten Bewertungen gesammelt hat. Ja. Und da sehe ich hier, Farbe Weiß, Größe M, hat sechs Bewertungen erhalten. Und da geht die Liste jetzt runter. Farbe Weiß, Größe S. Also zumindest hier jetzt erstmal Weiß an der Spitze. Genau. Passt ja auch zum Thema Braut wahrscheinlich. Und das zweite meiste ist Dunkelblau. Das hätte ich gar nicht mal gedacht. Ich hätte gedacht Pink. Bei so Frauen-T-Shirts ist vielleicht ganz weit oben. aber nach Weiß kommt hier Dunkelblau. Und da kann ich schon mal abschätzen, wenn ich Varianten sehe, da kann ich abschätzen, was am beliebtesten ist. Ja. Magst du nochmal über die einzelnen Farben fahren? Irgendwie. Weil, also, genau, okay. Bei dem Pink zum Beispiel hätte ich jetzt gesagt, okay, das ist vielleicht auch eine schlechte Farbkombination mit der Schrift. Wahrscheinlich. Das hätte ich eher anders ausgewählt. Aber nur, um das nochmal zu übertragen, für meine Community, ich kenne ja auch die Argumente und die Probleme sozusagen der Community. Ja. Was man hier, wie ich finde, dann ganz gut machen kann, ist eben einmal zu entscheiden, wofür, also für welche T-Shirt-Farbe entwerfe ich denn ein Design. Also, das gehört im Prinzip schon noch mit zum Research, bevor ich überhaupt das Design entwerfe, dass ich eben mal durch die ganze Kategorie, durch die ganze Nische gucke. Und wenn ich allgemein dann eine Tendenz sehen kann, zum Beispiel zu hellen Designs, dann könnte ich damit eben auch mal herausstechen. Weil Merch bei Amazon, ich weiß, das allermeist verkaufte Shirt ist nun mal schwarz, aber das machen halt eben auch alle. Und so könnte man bewusst einfach mal nach etwas suchen, was sich auch auf einem hellen T-Shirt oder mal einem pinken wirklich verkauft und dann speziell dort halt reingehen. Ja, richtig. Und wenn ich jetzt natürlich der Auffassung bin, pink muss dabei sein, dann würde ich mir natürlich überlegen, warum verkaufen sich seine pinken T-Shirts nicht? Wahrscheinlich, weil er hier diesen Schriftzug gemacht hat, der auf schwarz und weiß ganz gut funktioniert, aber auf pink, hebt er sich wahrscheinlich zu schlecht ab. Da müsste man vielleicht mal probieren, mit einem weißen oder schwarzen Schriftzug, ob es das Problem dann löst. Ja, so rein aus der Erfahrung heraus, weil das auch eine häufig gestellte Frage ist, weniger oder mehr Farben? Was ist so dein persönliches Credo dazu? Also lieber mehr anbieten oder lieber reduzieren? Also bei Merch, wo ich jetzt nicht in Vorleistung gehen würde, da würde ich lieber mehr Varianten anbieten. Okay. Da ich jetzt nicht in Lagerbestand investieren muss, da kann ich natürlich einfach vielleicht noch den einen oder anderen Kunden mehr abholen. Ja. Aber das ist sicherlich eine Sache, die man ausprobieren muss. Dass sich manche dadurch verunsichern lassen und sagen, ah, das ist mir jetzt zu viel Auswahl, ich weiß nicht, dann kommt mir lieber gar nichts. Richtig. Die Kunden gibt es sicherlich, die dann für eine große Entscheidung gestellt werden, wenn sie zu viele Optionen haben. Vielleicht ist es deswegen ganz gut, wirklich auf Varianten zu gehen, die sich stark unterscheiden. Weil Leute wissen wahrscheinlich, ob sie weiß oder schwarz haben. Aber wenn ich jetzt drei Pink-Töne anbiete, dann geht der Browser wahrscheinlich schon mal wieder zu, weil man das nochmal überdenken muss oder mit der Freundin absprechen. Ja. Lieber einfach halten. Das stimmt. Perfekt. Ja. Ja gut, gehen wir aufs Nächste. Und wie du gerade angesprochen hast, wir haben hier diese Chrome-Extension, aber die Masse an Helium 10-Tools, die sind im Web-Tool, da muss man sich auf der Seite einloggen und dann hast du eben Zugriff auf über 25 Tools. Und ein ganz beliebtes zeige ich mal hier, das ist Blackbox, das ist so der Produkt-Ideen-Finder. Und Blackbox kennt zwei Milliarden Amazon-Produkte weltweit. Sind alle mit allen möglichen Daten in der Datenbank. Klingt erstmal noch eine Menge. Genau, richtig. Die kann ich erstmal hier filtern. Die habe ich natürlich schon im deutschen Markt eingestellt, weil das interessiert mich dann wahrscheinlich gerade als erstes, wenn ich auf Amazon.de verkaufen möchte. Dann würde ich hier auf Bekleidung in der Kategorie filtern. Wenn ich jetzt nur mal Bekleidung haben möchte. Und als Keyword gehe ich hier mal Shirt ein, damit wir vielleicht so T-Shirts runtergehen. Und was Blackbox for Keywords hier macht, ist mir anzuzeigen, mir zu filtern, wonach Kunden suchen. Und da möchte ich natürlich Dinge haben, die ein ordentliches Suchvolumen haben. Da könnte ich jetzt 500 eingeben oder 1.000. Das heißt dann, zeigt mir nur Suchanfragen, die mindestens 1.000 Mal im Monat auf Amazon gesucht werden, in der Kategorie Beschreibung, die das Wort Shirt in der Suchanfrage mit drin haben. In diesem Begriff. Ja. Das führe ich jetzt mal aus. Gucken wir mal, was wir finden. Ist ja auch bei den meisten Suchen für uns, sage ich mal, relevant. T-Shirt ist nun mal das, was hier am meisten mitverkauft. Aber ich könnte ja genauso auch Pillow hinschreiben, wenn ich in die anderen Produkte reingehen will. Richtig, absolut. Und dann wirst du sicherlich noch mal ganz andere Suchbegriffe finden. Und dann bekommen wir hier unsere Liste mit dem Suchbegriff Shirt, was in Überraschung wird, alleine schon gesucht, mit 2.168 Suchen im Monat. Aber das ist natürlich erst mal uninteressant. Wir wollen natürlich Leute haben, die einen möglichst langen Suchbegriff eingeben. Und das könntest du theoretisch auch filtern. Du kannst sagen, zeig mir nur Suchbegriffe, die mindestens zum Beispiel aus zwei Wörtern bestehen. Da kannst du natürlich davon ausgehen, jemand, der wirklich einen langen Suchbegriff eintippt, der hat eine ganz genaue Vorstellung, was er sucht. Jemand, der Shirt eingibt, der will eigentlich nur ein bisschen rumsurfen. Ja, genau. Also das sieht man auch auf anderen Plattformen. Das habe ich jetzt erst wieder festgestellt. Ich lerne ja so ein bisschen Etsy kennen. Und da ist es genauso. Also umso länger das Keyword, umso höher ist eigentlich auch die Conversion Rate, weil, wie gesagt, die Leute wissen dann schon, sie suchen halt genau das und wollen das dann auch kaufen. Und alles, was kürzer ist, ja, die gucken halt viel mehr. Das kann ich definitiv so bestätigen. Und jetzt golle ich mal tiefer, was wir hier noch so haben. Und da sehe ich halt brandaktuell Ukraine-Shirt. Und das ist wahrscheinlich was, was jetzt erst in den letzten Wochen hier aufgepoppt ist. Und du siehst aktuell 2300 Suchen in Deutschland. Und Leute wollen sich solidarisch zeigen. Und da haben wir hier auch die Sparte Title Density, die ist auch sehr interessant. Die verrät dir gleich, wie viele Produkte befinden sich in den Suchergebnissen auf der ersten Seite, die diesen Begriff wirklich so aneinander geschrieben haben. Da steht eine 2. Und es ist tatsächlich nur 2? Naja, wahrscheinlich, weil die meisten T-Shirt haben anstatt nur Shirt. Ja, richtig. Genau, genau. Das wäre dann wahrscheinlich nochmal anders. Aber jetzt speziell sehen wir das Ukraine-Shirt, also explizit dieser Suchbegriff, 2300 Mal gesucht wird. Amazon begünstigt das, gibt dir so ein bisschen extra, wenn du wirklich die exakte Übereinstimmung bietest. Und deswegen würde ich es stark überlegen, ob ich es noch mit in den Titel mit aufnehme, um dann zu den wenigen Anbietern zu gehören, die wirklich diesen Suchbegriff 1 zu 1 so drin haben. Und dann kriege ich nochmal ein bisschen extra Schub und werde nochmal extra weit vorne angezeigt. Auf jeden Fall Title Density eine sehr wichtige Angabe hier. Ja, nur nochmal zum Verständnis des Videos, auch im Merch-by-Amazon-Kontext, und generell darüber hatte ich auch schon ein Video gemacht, soll es jetzt natürlich nur ein Beispiel sein. Ukraine-Shirt ist natürlich aufgrund des Konflikts gerade ein bisschen heikel, verstößt auch gegen die Content-Policies, gegen Human Tragedy und so. Also das würde ich jetzt nicht machen. Aber nur, um das Beispiel mal zu demonstrieren, ist es, und da bin ich jetzt selber sehr glücklich, dass ich das damals nicht falsch erklärt habe, genauso wie in meinem Cerebro-Video, wo ich halt gesagt habe, wenn ihr den exakten Suchbegriff in das Listing packt, der dann auch gesucht wird, werdet ihr halt einfach weiter höher angezeigt. Oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr eher angezeigt werdet, als bei jemandem, der das zwar trotzdem alle Worte drin hat, aber zum Beispiel ein bisschen verdreht, andersherum oder in einer anderen Kombination irgendwie. Von daher bin ich sehr froh, dass das jetzt hier nochmal bestätigt wird. Ja, also um auf den Chart zurückzukommen, hier sieht man auch, also dieses T-Shirt gab es nie und ist jetzt plötzlich aufgepoppt. Am 23. Februar hat derjenige das hier drauf getan und gleich Verkäufe mitgemacht. Ich denke mal, wie du sagst, also Amazon hat seine Richtlinien und eventuell drücken die jetzt hier beide Augen zu, weil sie sich auch solidarisch zeigen wollen, aber richtig eine gute Produktidee wären solche Sachen nicht. Zumal hier auch teilweise, glaube ich, ziemlich drastische Sprache drauf ist. Aber da sieht man offenbar, dass jetzt was, was hier gerade heiß ist, was gerade gekauft wird. Ja, also es könnte ja auch irgendein anderer Trend sein. Also es gibt ja immer wieder Trends. Dann könnte man das natürlich auch eins zu eins einfach so umsetzen. Ja, jetzt sehe ich natürlich hier dann andere Suchbegriffe, die mir erst mal nichts bringen, weil es eine Marke ist, mit der ich erst mal nichts machen kann. Und da muss ich jetzt erst mal durchgucken durch die Treffer hier, was denn so auf mich zutrifft. Bodybuilding-Shirt, also das wird tausendmal im Monat gesucht, dieser Suchbegriff. Ist das jetzt schon sortiert nach Volumen? Nee, ne? Nein, nein, das ist... Achso, okay, gut, gut, gut. Weil das hätte mich jetzt gewundert, dass das Bodybuilding dann tatsächlich so weit oben ist. Ja, also ja, ich kann es sortieren lassen nach Volumen. Aber das ist jetzt gerade so eine zufällige Reihenfolge. Und jetzt würde ich hier durchgehen und gucken zum Beispiel hier große Schwester-Shirt. Also das ist offenbar auch etwas, was überraschenderweise gesucht wird. 1100. Also wäre so zumindest für mich schon mal so ein Anhaltspunkt, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt gar keine Idee habe, was soll ich machen, dann könnte ich auf jeden Fall da mal reingucken und einfach danach gehen, was ist denn gerade in, was wird denn gerade viel gesucht? Oder wenn ich auch nicht so einen Überblick habe. Also ich könnte mir auch vorstellen, das funktioniert auf dem US-Markt auch sehr gut, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so eine gute Vorstellung von US-Trends, oder US-Feiertagen, Events habe, dass man dadurch natürlich auch schon vieles erkennen kann und davon dann ablesen kann. Ja, richtig, auf jeden Fall. Du siehst einfach anhand der Suchen, was wird wirklich gesucht. Und das Schöne ist halt, es kann dich auch auf etwas hinweisen, was es so noch nicht auf Amazon gibt. Auf Amazon siehst du halt immer nur, was die Händler gerade erfolgreich verkaufen. Du siehst aber nicht, was die Kunden suchen und nicht finden, nicht kaufen können. Und das findest du halt anhand der Suchanfragen, was wird viel eingegeben. Und zum Beispiel Peace-T-Shirt, Feuerwehr-T-Shirt, Feuerwehr-T-Shirt lässt sich sicherlich auch ein sehr, sehr gutes Thema draus machen. Und das ist schon mal ein guter Startpunkt, um Produktideen zu finden. Ohne, dass wir das jetzt zwangsläufig machen würden. Das sprengt sicherlich den Rahmen des Videos. Aber jetzt könnte ich natürlich Feuerwehr-T-Shirt nehmen und dann Feuerwehr-T-Shirt in Blackbox eintragen und quasi so immer weiter in die Tiefe gehen, richtig? Ja, ja, richtig, genau. Dann könntest du auch machen. Die Alternative wäre jetzt, das Ganze in die Suche einzugeben, wie wir es hier zum Beispiel gemacht haben mit T-Shirt braut und dann hier mit X-Ray wiederum auf der Seite gucken, was sind jetzt die Umsätze, wie stark verkauft es sich hier. Zum Beispiel hier mit dem T-Shirt braut sehe ich 32.000 Euro Umsatz auf der ersten Seite insgesamt. Also da läuft schon einiges. Und da würde ich jetzt vielleicht mal gucken, was sind jetzt so die anderen Suchbegriffe, weil T-Shirt braut war jetzt einfach, was ich geraten habe. Vielleicht gibt es da noch ganz andere Suchbegriffe, über die die Verkäufe tatsächlich zustande kommen. Ja. Und dazu suche ich mir hier einfach mal ein paar Leute raus, die den Job ganz gut machen, wie der hier, der 1.000 Euro Umsatz macht, der Händler, der 12.000 Euro Umsatz macht, den hier, ich markiere jetzt mal so 5, 6, 7 Leute, wo ich sehe, da sind gute Umsätze. Und dann kann ich jetzt hier direkt sagen, Keyword-Suche starten. Und das öffnet Cerebro, das Keyword-Tool und kopiert die Artikelnummern in Cerebro rein. Und Cerebro recherchiert halt, über welche Suchanfragen sind diese Produkte findbar. Und das sind 5.800 Suchbegriffe auf Amazon, die irgendwo dieses Produkt anzeigen. Mich interessieren natürlich erst mal nur die, die wirklich Suchvolumen haben. Da könnte ich jetzt hier mal sagen, mindestens 300 Suchen im Monat sehen, also 10 Suchen am Tag, damit mich so ein Suchbegriff, den ich dann vielleicht in meinen Text aufnehme, auch, dass der mir auch was bringt. und da sehe ich schon mal hier oben, was ich jetzt nicht kannte, die Abkürzung, JGA-T-Shirt-Frauen, also das heißt dann wohl Junggesellenabschied. Ich wusste nicht, dass die Abkürzung gebräuchlich ist, aber du siehst, 1900 Suchen im Monat. Ja, ist in der Szene ganz gut, aber ist, glaube ich, getrademarkt. Ich weiß nicht, ob das so gefolgt wird, verfolgt wird, aber ich glaube, JGA ist getrademarkt, bin mir nicht sicher, aber ja, es ist gängig in der Szene, ja. Nehmen wir auch, was hier steht. Also hier steht es dann ganz offensichtlich ausgeschrieben, Junggesellenabschied, Frauenbraut-T-Shirt, Team Braut, Team Bright-Shirt, das heißt auch hier Fremdsprache, wird hier in den Suchbegriffen verwendet, auch immerhin 340 Suchen im Monat. Und da könnte ich jetzt durchgucken, was ist wirklich alles relevant für mich und alles schön einsammeln, wovon ich ausgehen kann, dass es mir Verkäufe bringt und das in meine Produktbeschreibung aufnehmen, weil nur, wenn ich eben Amazon in der Produktbeschreibung, im Text darauf hinweise, was mein Produkt ist, kann es das auch in den Suchen anzeigen. Wenn du jetzt hier nach den Keywords dann gehst, was ist so dein, also hast du ein Hauptkriterium oder so eine Hauptmetrik, wo du sagst, daran orientierst du dich, also ist es der Cerebro-Score oder wonach würdest du da am ehesten gehen? Also der Cerebro-Score ist das Verhältnis von dem Suchvolumen und den Produkten, die darunter gefunden werden. Und der ist höher, je mehr Suchen ich habe bei wenig Konkurrenz. Wenn ich jetzt gerade mal einen Händler habe, der angezeigt wird unter dem Suchbegriff, der ganz gut benutzt wird, habe ich einen alten, extrem hohen Cerebro-Score, während wir, wo machen wir mal einen tieferen, hier zum Beispiel Cerebro-Score 77, da haben wir 774 Aufrufe im Monat und über 10.000 Produkte, die darüber gefunden werden. Deswegen ist der Score so schlecht. Also da kann ich mich schon mal ein bisschen orientieren, was wirklich sehr wichtige Suchbegriffe sind. Was steht da? Bachelorette Party? Bachelorette Party, ja genau. Okay, also das, wenn ich verwende, ist ein bisschen overused. Ja, ja. Und vor allen Dingen, der zielt jetzt auch nicht direkt auf ein T-Shirt. Das kann ja alles sein. Das können ja irgendwie kleine Gastgeschenke sein oder vielleicht auch Alkohol oder sonst was und deswegen ist da eine sehr hohe Konkurrenz darunter angezeigt zu werden. Da würde ich mich jetzt nicht konzentrieren, da in die Top Ten zu kommen. Da gibt es Suchbegriffe mit mehr Potenzial und jetzt, ich weiß nicht, ob PPC auf deinem Thema, auf deiner Nische ein großes Thema ist. Und wenn ich jetzt vielleicht schon mal sehen möchte, was sind denn wichtige Suchbegriffe für die PPC gemacht werden? Und wir haben ja hier die Händler, die sehr gut verkaufen. Da könnte man natürlich von ausgehen, dass sie auch ihr Handwerk sehr gut verstehen. Und Cerebro sagt mir direkt, dass 2350 Begriffe, Suchbegriffe für PPC verwendet werden aus der Liste. Das wäre natürlich ein bisschen viel. Also nur um alle mitzunehmen, also PPC, also Pay-Per-Click, das heißt, wir sprechen jetzt hier über das Advertising, also im Prinzip über die Werbung, also das, was wir auch für Merch bei Amazon auf dem Advertising-Account machen. Ja, richtig, genau. Dafür die Suchbegriffe wird Werbung geschaltet und da sage ich mal, ich interessiere mich jetzt aber besonders für die Suchbegriffe, bei denen die Produkten ganz oben auf der Seite auftauchen, also nicht irgendwo auf Seite 2, auf Seite 3. Das sind die Suchbegriffe, die vielleicht nichts kosten und die Leute lassen die drin, weil sie sagen, ja, kommt mal ab und zu mal im Monatenverkauf. Wir wollen mal die Suchbegriffe identifizieren, wo sie sagen, hey, die sind wichtig, da biete ich viel für. Das geht ja nach Gebotsverfahren. Ich biete viel, damit ich wirklich den Klick bekomme. Und die können wir rausfiltern, indem wir eben sagen, zeig mir nur die Suchbegriffe, für die die Produkte auf Zwischenplatz 1 und 5 gefunden werden. Ja. Zum Beispiel etwas, was ich jetzt noch nicht genutzt habe, tatsächlich, ja. Und da sehe ich hier Junggesellinnenabschied, Bright Wars, also interessant. Anlehnung auf Star Wars, ja. Wahrscheinlich, genau. Und das muss eben auch nicht heißen, dass mein T-Shirt ein Star Wars T-Shirt ist. Kann einfach sein, dass, wenn ich mein Junggesellinnenabschied T-Shirt darunter anzeigen lasse, der eine oder andere Kunde sagt, ach, vergesst die Star Wars Idee, ich finde das T-Shirt doch cool. Und deswegen funktioniert das auch häufig, dass du hier gerade im Bereich PPC Suchbegriffe siehst, die beworben werden, die vielleicht gar nicht wirklich was mit dem Produkt zu tun haben. Aber offenbar gibt es genug Leute, die hier darüber kaufen. Ja. Genau wie hier, Haarschmuck Damen. Da würdest du jetzt nicht denken, dass darüber T-Shirts verkauft werden, dass das wichtig ist für solche Händler. Ja. Also genau, um das nochmal klassisch zu sagen, wir suchen ja immer noch weiterhin nach den T-Shirts. Ja. Es ist tatsächlich, sind das die Keywords, unter denen T-Shirts gekauft wurden, unter denen diese T-Shirts, die oben mit der A sind, drinstehen, gekauft wurden. Ja. Und hier zum Beispiel Dua Lipa. Gut. Das geht dann um die Künstlerin. Also hier findest du dann, wenn du filterst nach den PPC-Keywords, findest du ganz häufig Marken. Ja. Und das ist der Bereich, wo das durchaus möglich ist, während du in deinem Titel nicht Nike-T-Shirts schreiben darfst, weil du höchstwahrscheinlich den Markennamen dazu nicht besitzt. Bei Amazon Werbung sagst du wiederum zu Amazon, hey, blende mein Produkt ein, wenn ein Kunde nach Nike-T-Shirts sucht. Und in dem Moment, in dem Moment sagst du nicht, dass du die Marke Nike vertrittst. Du sagst nur, blende mich als Alternative ein, als Vorschlag, was man kaufen kann. Deswegen sieht man hier in den PPC-Keywords ganz häufig Markennamen, die offenbar für die Händler gut funktionieren, weil Kunden, die nach bestimmten Marken suchen, dann sagen, oh, das ist ein cooles T-Shirt, lass mich das mal kaufen. Also das ist auch noch was, was dir hier Aufschluss gibt. Gerade wenn du nach PPC, nach Suchbegriffen für deine Werbekampagnen suchst, die sind nämlich durchaus ganz anders als die organischen. Ja, beziehungsweise würde ich dann jetzt bei Cerebro einfach nochmal eine Frage einschieben, die aus der Community kamen. Und zwar einmal mit diesem Amazon-Choice-Button. Ab und zu sucht man ja über Cerebro eben die Asens, beziehungsweise kriegt dann die Keywords angezeigt und dann wird angezeigt, ob das jeweilige Produkt unter diesem Keyword einen Amazon-Choice-Button hat oder nicht. Und da war jetzt die Frage, ob es hier irgendwie einen Unterschied besteht, dass ich speziell diese Keywords auswähle oder, um das nochmal anders zu formulieren, das wäre ja vielleicht auch interessant, ob ich generell bei der Suche an Asens, die ich dann auswähle, vielleicht eher auf die Produkte gehe, die einen Amazon-Choice-Button haben. Also ob es da irgendwie Vor- oder Nachteile gibt. Ja, also das haben wir ja hier zum Beispiel gemacht, indem wir ja geschaut haben, welche Produkte wollen wir uns gleich in Cerebro angucken, wo wollen wir recherchieren, wo die Suchen herkommen und da würde ich wirklich nur noch Umsatz gehen. Da würde ich gucken, bei den Händlern, die wirklich viel Umsatz machen, das sind offenbar die, die ihr Marketing sehr gut machen, ihre Listings sehr gut optimiert haben und da möchte ich gerne wissen, wie sie es machen. Es ist immer gut, so ein Amazon-Abzeichen zu kriegen, das gibt ja sicherlich ein paar extra Verkäufe, aber bei der Keyword-Recherche, da würde ich wirklich nur darum gehen, wessen Verkäufe, wessen Umsätze sind hoch. Ja, okay. Und rein, achso, ja nochmal auf die Keywords bezogen, spielt quasi, ja keine Rolle. Also wenn derjenige jetzt unter diesem Keyword ein Amazons Choice-Button hat, ist jetzt quasi nicht automatisch besser als ein anderes Keyword. Also es muss nicht. Richtig. Genau, Amazon vergibt das ja in manchen Nischen, manchen Nischen nicht. Da würde ich jetzt nicht direkt von ausgehen, wenn ich mein Listing gestalte, wenn ich mein Produkt gestalte. Wir wollen alle viele Umsätze machen, deswegen ja, ja. Daher als erstes drauf. Eine weitere Frage war oder ein Phänomen, auf das viele gestoßen sind, die jetzt vielleicht schon mal Cerebro oder generell Helium 10 ausprobiert haben, ist, dass es doch einen Unterschied gibt zwischen dem US-Markt und dem deutschen Markt. Also, dass man doch sehr unterschiedliche Ergebnisse kriegt an Keywords. Keywords und wir hatten das im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angeteasert. Vielleicht sagst du noch mal da was dazu, woran das jetzt liegen könnte, dass zum Beispiel auf dem deutschen Markt dann eher nicht so viel Besonderes, sage ich mal, an Keywords zu finden ist in diesem Fall dann. Ja, also Helium 10 ist ein Datenunternehmen und wenn Daten da sind, dann findet Helium 10 die Daten. Und das hat einfach was mit dem Suchvolumen in Amerika zu tun. Amerika hat einfach schon mal mehr Einwohner, mehr Amazon-Kunden über Amazon.com laufen deswegen viel, viel mehr Suchanfragen und deswegen habe ich auch sehr, sehr viele Nischenprodukte, die sehr häufig gesucht werden. Das ist natürlich schon mal der Unterschied und ich denke mal, ich weiß nicht, wer ja schon mal in Amerika war, da sieht man irgendwie auf den Autos auch ganz viele so Motto-Sticker, diese Bumper-Sticker hinten in den Scheiben oder auf den Stoßstangen drauf. Ich glaube, die Amerikaner sind einfach sehr offen, irgendwelche Sprüche sich aufs Auto zu kleben, aufs T-Shirt zu tragen, so Motto-Sprüche oder eben zu repräsentieren, was ihr Hobby ist und ich denke mal, der Markt ist einfach größer, deswegen hast du mehr Suchanfragen und deswegen hat Helium 10 dort noch viel, viel mehr Daten, gerade in der Nische und das ist einfach der Unterschied. Also es funktioniert haargenau so auf Amazon Amerika wie in Deutschland, aber ja, wenn du wahrscheinlich in Deutschland vielleicht mal wirklich bei so einem super Nischenprodukt drei, vier Aufrufe im Monat hast, dann ist das praktisch nicht messbar und dann hast du in Amerika wahrscheinlich schon 50, 100 Aufrufe. Ja, also man kann quasi sagen, es liegt nicht an Helium 10, sondern es liegt eher an den deutschen Kunden, die so einfallslos sind und halt immer das Gleiche suchen. Ja, richtig. Genau, da ist einfach noch viel Potenzial gerade in der Nische in Deutschland. Ja, ja. Ein Wachstumsmarkt. Ja. Das Ganze ist noch am Anfang. Sehr cool. Ja, das waren zumindest zwei Fragen, die ich nochmal loswerden wollte. Weiß ich nicht, wenn du noch was zeigen magst, gerne, falls du jetzt noch irgendwie was auf dem Schirm hast. Ja, also eine Sache kann ich noch zeigen. Das ist mal ja, nichts mit Helium 10 zu tun. Ich weiß nicht, wie ihr darüber gesprochen habt schon. Gerade wenn es auf Etsy, um Etsy geht, das ist ja auch eine super Seite, um schon mal an Ideen zu kommen, die vielleicht noch nicht auf Amazon sind und wo wir gerade bei Amazon über diese Batches gesprochen haben, wie zum Beispiel Recommended, sowas gibt es ja auf Etsy auch. Und zwar heißen die hier Bestseller und wenn ich halt irgendwas in die Suche eingebe, sehe ich schon mal automatisch, was verkauft sich in der Nische, was verkauft sich weniger in der Nische. Da gucke ich halt vor allen Dingen, was sind so Bestseller-Brukte. Kann man das tatsächlich auch filtern da? Weißt du das? Ob das filtern, kann ich ihn suchen? Das wüsste ich jetzt nicht. Also da gebe ich halt einfach irgendeinen Suchbegriff ein und gucke halt speziell, was sind die Bestseller, um an die Designs zu kommen. Und das hier zum Beispiel hat ein Bestseller-Batch und da könnte ich halt noch genauer schauen, verkauft er das jetzt wirklich? und da sehe ich hier den Verkäufernamen von diesem T-Shirt. Wenn ich hier draufklicke, dann, ja genau, sehe ich ihn hier noch mal auf seiner Shop-Seite, wo ich seine anderen Produkte sehe und da sehe ich hier, dass er insgesamt 4.500 Verkäufe hatte und wenn ich auf diese Zahl klicke, dann sehe ich seine Verkäufe historisch. Ah, okay. Und das finde ich ziemlich interessant interessant an Etsy. Also siehst hier wirklich, was hat der Händler verkauft und dieses T-Shirt, was wir als Bestseller angezeigt bekommen, sehen wir eben hier wieder, hier wieder, hier wieder. Wir sehen wirklich lauter Verkäufe von diesem T-Shirt und wir sehen, okay, also das hat diesen Bestseller-Batch von Etsy bekommen und es hat auf jeden Fall auch in seinem Shop Verkäufe, also es könnte eine interessante Produktidee sein, wo ich mal dann auf Amazon gucken könnte, ob es die da schon gibt. Das ist hier Feminismus-Shirt mit einem witzigen Design. Ja, definitiv auch eine Nische, ich weiß das, ich bin da glaube ich mit ein paar Designs drin. Ah, wirklich? Witzig? Ja, ja, tatsächlich. Also noch nicht übermäßig viele Verkäufe, aber ich habe da tatsächlich auch ein paar Designs erstellt. Aber ja, also das ist schön zu sehen, weil das genau der Weg ist, den ich ja auch immer gehe, ja auf andere Plattformen auch gucken, gucken, was läuft da, was ist noch nicht auf Amazon? Jetzt könnte man ja zum Beispiel auch Keywords von hier rausziehen und dann einfach mal in Helium 10 zum Beispiel gucken, wie performen die denn auf Amazon und sich daraus dann so ein Gesamtbild zusammen schustern. Ja, richtig, genau. Das würde ich dann als nächstes machen, tatsächlich mal auf Amazon Besuche eingeben, ein feministisches T-Shirt und schauen, was es hier so gibt. Ja, und dann würde ja der Kreislauf wieder von vorne an. Da würde es wieder von vorne an losgehen, genau. Genau, ja, sehr schön. Das waren die Sachen, die ich heute mal mitgebracht habe zum Zeigen. Vielleicht machen wir es mal wieder und dann gehen wir mehr in eine Richtung, in ein Thema. Das können wir gerne tun, ja. Ich fand es auf jeden Fall erstmal sehr aufschlussreich. Ich habe auch wieder Sachen mitgenommen tatsächlich, also mit X-Ray und gerade auch der Blackbox habe ich persönlich noch recht wenig gearbeitet, obwohl ich ja eben das Platinum-Paket habe. Das ist vielleicht auch noch interessant, also wenn ihr sowieso mal Helium 10 auschecken wollt, ihr findet alle Links unter diesem Video in der Videobeschreibung plus Discount-Code natürlich auch von mir. Da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr 10% zum Beispiel dauerhaft haben möchtet oder 50% auf einen Monat, also auf den ersten Monat, einfach um es mal zu testen. Vielleicht magst du noch mal kurz darauf eingehen, was es denn allgemein für Möglichkeiten gibt, diese Tools zu nutzen. Also du hast, wenn du die Tools haben möchtest, hast du die Möglichkeit, die à la carte zu buchen, das heißt, vielleicht wirklich nur X-Ray zu nehmen oder Blackbox zu nehmen. Du kannst aber auch die ganze Suite nehmen, eben den Platinum-Plan, den du angesprochen hast. Das ist so der Einstiegsplan, der aber auch der populärste Plan ist bei Helium 10, wo alle über 25 Tools mit drin sind. Und ja, das ist die Wahl, die du hast. Ja, genau. Und genau, checkt das gerne aus, probiert es mal und dann lasst mich auch gerne wissen unter dem Video in den Kommentaren, einmal wie euch das insgesamt gefallen hat, ob ihr noch mehr wissen wollt, ob ihr Fragen habt, um dann auch ein Folgevideo auszufüllen. Und dann war es das von meiner Seite aus. Markus, falls du noch abschließend Wort hast, gerne. Also, ja, vielen Dank für die Gelegenheit, heute dabei zu sein. Also, Merch ist für mich auch ein sehr spannendes Thema und ja, ich freue mich, wenn der eine oder andere hier ein bisschen was Neues aufgesammelt hat. Perfekt. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst und dann verabschiede ich mich auch aus diesem Video und sage, reingehauen. Bis zum nächsten Mal.